Jess hielt wacker ihre Stellung, wie Connor es ihr geraten hatte. Doch sie merkte, wie ihr langsam die Kräfte schwanden. Es war schwierig, immer zu aufrecht zu stehen, wenn man mehr als zwei Tage lang nicht geschlafen hatte. Jess bemerkte, wie ihre Augenlider immer wieder zufielen, als die Wirkung des Adrenalins nachließ. »Hoffentlich, hoffentlich ist es bald vorbei«, murmelte Jess müde und gähnte herzhaft. In diesem Moment wurde die Tür zu dem Raum aufgerissen und Connor stürmte herein. »Er ist weg! Dr. Higgins hat A3360 für einen Einsatz mitgenommen und Angelica ist beschäftigt. Alles ist günstig, ich hole dich jetzt hier raus!« Connor machte Jess fesselnlos, woraufhin die braune Stute erleichtert nach vorne sprang. »Endlich Freiheit!« So lange war sie gefesselt und eingesperrt gewesen. Sie hatte beinahe vergessen, wie es sich anfühlte, sich wieder frei bewegen zu können. »Folge mir! Ich bringe dich hier raus!«, wirrte Connor und galoppierte voraus. Jess blieb ihm dicht auf den Fersen. Sie konnte es nicht glauben, dass er sie befreit hatte. Es war so einfach gewesen. Beinahe zu schön, um wahr zu sein. »Ich weiß nicht, wann Dr. Higgins zurückkommen wird. Darum müssen wir uns sputen.« Blindlings galoppierten Connor und Jess an ein paar Mitarbeitern vorbei, die ihnen verdutzt hinterherblickten, und dann, weil sie Jess nicht kannten, weiter ihrer Arbeit nachging. Müdigkeit übermannte die braune Stute, als sie galoppierte, und mit einem Mal liefen zwei Connors vor ihr her, während der Boden unter ihr heftig zu schwanken begann. Mit einem lauten Knall stürzte Jess zu Boden und blieb erschöpft liegen. »Jessica, nicht jetzt, bitte! Wenn wir erwischt werden, sind wir beide dran!« »Ich kann nicht mehr, Connor!«, wirrte Jess verzweifelt. »Ich kippe nur wieder um, wenn ich's versuche!« Connor tänzelte nervös um sie herum. Seine Ohren huschten vor und zurück, nachdenklich, als ob er nach einer anderen Möglichkeit suchte, wie er Jess aus dem Labor bringen konnte. »Warte hier, ich bin gleich wieder da!«, schnaubte er, als habe er plötzlich eine gute Idee gehabt. Connor stürmte davon und ließ Jess alleine, die inständig hoffte, dass Angelica noch ein wenig länger brauchen würde, bis sie ihre Arbeit beendet hatte. Es dauerte nicht lange, da kam Connor bereits zurück. Vor sich schob er eine Palette auf Rädern, auf denen die Patienten immer aus den Operationssälen gebracht wurden, wenn sie noch unter Narkose standen. »Das war die Lösung!« Schlapp hiefte sich Jess auf die Lade hinauf und entspannte sich endlich, als Connor sie durch die Gänge schob. Sie war am Ende. Alles, was sie jetzt brauchte, war Schlaf. Jess schloss die Augen und war im selben Moment bereits eingeschlafen. Wolken zogen an ihr vorbei. Sie wurden heller, je weiter sie flog. Wind zauste ihre Mähne, als sie sich im warmen Licht der Sonne von der Luft immer höher und höher tragen ließ. Es war ein Traum, ein Tanz. Sie war endlich frei. Jess' Beine galoppierten ins Leere, doch sie trugen sie weiter und weiter der Freiheit entgegen. Und Alex. Plötzlich zogen Sturmwolken am Himmel auf. Jess versuchte ihnen zu entkommen, doch die Winde sogen sie in die Gewitterwolke hinein. Jess drehte und verrenkte sich, als sie fiel und den Boden immer näher kommen sah. Dann folgte der Aufprall. Mit einem Ruck war Jess im Hier und Jetzt zurück. Der Aufprall war keine Illusion gewesen. Sie lag am Boden. Die Palette mit Rädern lag auf der Seite und eines der Räder eierte noch leise vor sich hin. Sie waren im Praxisabteil des Labors. Hier waren unzählige Labor- und Operationssäle, in denen die Wissenschaftler ihre Forschung tätigten. Jess reckte den Kopf und konnte hinter der Palette die unscharfen Umrisse zweier Pferde erkennen, die aufeinander losgingen. »Connor«, wierte Jess erschrocken, als sie sah, wie die weiße Stute Angelika ihren Kollegen angriff. Connor sprang schockiert virend zur Seite, als Angelika ein Skalpell aus ihrem Kittel zog und versuchte, ihn damit einzuschüchtern. »Du verfluchtes Weichei«, wierte sie zornig. »Ich wusste, dass man dir nicht vertrauen kann.« »Angelika, mach keinen Unsinn«, wierte Connor nervös und machte erneut einen Schritt zur Seite, als Angelika nach ihm ausholte. Die weiße Stute verlor für einen Moment das Gleichgewicht, was der dunkelbraune Hengst sofort nutzte, um ihr die Hufe unterm Körper wegzuziehen. Angelika verlor das Skalpell und wehrte sich heftig gegen Connor, der versuchte, sie auf dem Boden festzuhalten. Ein Tritt in den Hals, einer vor die Brust und einer in den Bauch, und schon hatte sie Connor jedoch von sich heruntergestoßen. Ächzend vor Schmerz versuchte Connor, sich aufzurichten, kassierte jedoch noch einen weiteren heftigen Tritt gegen den Schädel, der ihn gegen die Wand hinter sich schleuderte. Connor sackte zu Boden und schüttelte benommen den Kopf. Leise richtete sich Jess auf und packte mit den Zähnen eine Sauerstoffflasche, die vor einer der Türen der Operationssäle stand. Angelika griff ihr Messer vom Boden auf und stürmte dann auf Connor zu, um zum letzten Schlag anzusetzen. Doch dann traf sie ein schwerer Metallgegenstand so heftig am Kopf, dass sie innehielt. Jess stockte der Atem. Mit der Wucht, mit der sie die Sauerstoffflasche geworfen hatte, hätte sie ihr das Genick brechen können, und dennoch stand die Stute, als wäre nichts geschehen. Und dann noch dieses Geräusch, als die Flasche gegen ihren Schädel geknallt war. Es hatte beinahe wie das schwingende Geräusch von Metall auf Metall geklungen. »Ach, du Heilige!«, wierte Jess entsetzt, als Angelika sich ruckartig zu ihr umdrehte. »Sie ist auch ein Experiment!« »Lauf!«, wierte Connor panisch, als er aufsprang. »Lauf, Jess!« Die beiden Pferde galoppierten so schnell, wie sie ihren Lebtag nicht galoppiert waren. Die weiße Stute blieb ihnen jedoch immer dicht auf der Hinterhand. »Hahaha! Ihr kommt mir nicht davon!«, ertönte das schallende Gelächter von Angelika hinter ihnen. »Ich kriege euch ja doch!« »Rechts!«, wierte Connor scharf, als sie an eine Weggabelung kamen. Jess hechtete ihm hinterher. Ihre Hufe rutschten auf dem Boden gefährlich, doch sie bekam die Kurve glücklicherweise noch rechtzeitig, bevor Angelika sie eingeholt hatte. »Wir müssen uns aufteilen!«, wierte Jess ängstlich. »Die Gänge hier unten sind genauso angeordnet wie die oben. Du läufst einfach einmal rechts, dann links, dreimal geradeaus und dann nochmal links. Dort treffen wir uns! So gewinnen wir Zeit!« »Okay, lass dich nicht erwischen!«, schnaufte Connor mit weit aufgerissenen Augen. Dann sprangen sie beide in entgegengesetzten Richtungen auseinander. Angelika hinter ihnen stemmte verwirrt die Hufe in den Boden, bevor sie wutschnaubend den Kopf herumriss, als sie versuchte abzuwägen, wen sie nun weiter verfolgen sollte. Sie entschied sich, Connor zu jagen. Ohne seine Passkarte kam auch Jess nicht aus dem Komplex heraus, also musste sie ihn zuerst ausschalten. Alles andere würde sich noch ergeben. Jess erreichte den vereinbarten Treffpunkt mit Mühe und Not, doch von Connor war keine Spur. Mit klopfenden Herzen schlug sie den Weg ein, den er genommen hatte, und erwartete, dass er ihr entgegenkam. Stattdessen stieß sie auf die offene Tür des Medikamentenlagers, hinter der es verdächtig schepperte. Mit Entsetzen stellte Jess fest, dass Angelika Connor eingeholt hatte und ihn nun mit einem Strang aus Operationsnähfäden strangulierte, den sie ihm mehrfach um den Hals gewickelt hatte. Zornig, wiren, stieg die braune Stute auf die Hinterhand und trat so fest und so heftig gegen Angelikas Wange, dass ihr die Hufe wehtaten. Die weiße Stute, der die Wange erst frisch zugenäht worden war, konnte beobachten, wie er das Blut erneut ihr rein weißes Fell besudelte. Connor schnappte erleichtert nach Luft, als er es schaffte, sich von dem Strang zu befreien, und eilte Jess zu Hilfe. Angelika musste irgendwelche Platten unter ihrem Fell haben, die es beinahe unmöglich machten, sie ernsthaft zu verletzen. Dennoch gelang es Connor und Jess, sie in eine Ecke mit einem ganzen Sauerstoffflaschenlager zu drängen, in das sie rücklings hineinrannte. Einige der Flaschen öffneten sich bei dem Aufprall und ließen Sauerstoff entweichen. »Jess, raus hier!« schnaubte Connor leise, als er ein Feuerzeug aus dem Kittel zog. »Connor? Connor, was hast du vor?« »Ich sagte, raus!« Jess gehorchte, mehr aus Angst als aus Verstand. Sie sprang um den Türrahmen herum und presste sich gegen die Wand daneben, als plötzlich eine Stichflamme aus dem Raum hervorschoss, gefolgt von Connor, dessen Fell in alle Richtungen abstand. Seine Mähne war bei der Explosion beinahe komplett abgefackelt worden, doch einige Strähnen glimmten noch leicht, als er husten vor Jess stand. »Die wird uns nicht länger verfolgen!«, ächzte er grinsend. Jess blickte mit weit geblähten Nüstern zu dem Raum, in dem die Stute gerade noch gewesen war. »Bist du... bist du dir sicher?«, fragte sie vorsichtig. Connor nickte erleichtert. »Das kann sie nicht überlebt haben!« »Komm jetzt, ich muss noch was erledigen, bevor wir hier abhauen. Das gerade eben hat mich auf eine Idee gebracht.« Jess folgte Connor ein weiteres Mal, doch dieses Mal war sie wach und sie fühlte sich sicher. Sie hoffte nur, dass alles nach Plan laufen würde. Was auch immer Connor jetzt im Schilde führte.